Warum? Weil ich will? Warum? Weil ich will? Warum? Warum kommt die Pizza? Ich hab Hunger. Die kommt gleich. Ich kann nicht kochen lassen. Nein, ich hab Hunger! Du kannst ja so lange ändern, dass du die aufessen kannst. Wie? Manu! Ja? Franz Hinten, ich hab beschlossen, dass wir für ein paar Wochen Männer tauschen. Damit du sie mit Schokolade, Wein, Süßigkeiten, Pizza versorgst. Und ich krieg dann Phil, damit er mich mit gesundem Essen und Sport versorgt. Und dann werd ich super schlank und sie wird immer fetter. Und am Ende tauschen wir wieder. Und das machen wir alle paar Wochen. Und dann haben wir immer so ein normales Gewicht. Okay, ich pack die Tasche. Er packt die Tasche. Phil, kannst du die Tasche schon mal packen? Haben Marcel und ich Mitsprache recht? Ich frag für'n Freund. Aber sie trennt sich immer schlafen. Ja, ja. So, dass sie schon mal abgeschleppt wird. Das hält Nancy keine Woche aus. Niemals. Niemals. Das ist so wie Frauentausch. Machen wir Männertausch. Und dann ruf ich. Nicht Marcel ruft an. Ich halte sie nicht mal so. Ich rufe an. Komm wieder zurück. Hurra. Hurra. Der Kobold mit dem roten Haar. Hurra. Hurra. Der Pumokel. Ist da. Hurra. Hurra. Der Kobold mit dem roten Haar. Hurra. Hurra. Der Pumokel ist da. Er steht da, der mich für etwas verkennt. Du hast den Rest nicht mehr. Aber ich kenne die Strophe nicht. Ich kenne die Strophe nicht. Ich kenne die Strophe nicht. Am liebsten macht der Schabernack. Leute Ärger nicht zu knapp. Schwupp. Schon ist die Pfeile weg. Wer hat sie wohl versteckt. Das zählt aber jetzt nicht in den anderen Reihen, ne? Wenn das dann im Song drin steht. hurra hurra der kobold mit dem roten hurra hurra der bummuckel ist da he's the one standing right there judging me for something he doesn't understand you don't know him like i do you know what david time for you to open your eyes he's gonna leave you jesus christ no we were talking das ist das wollte ich doch gar nicht sagen das wollte ich gar nicht sagen fuck you ich bin es doch finde es scheiße und nein finde es nicht scheiße also ich wollte scheiße ich habe ich vermahlte jetzt mal ein bisschen damit ist das ekel ich war das ekelige geräusch normal sitzen warum bist du eigentlich so groß sitzen ich sitze mal wie so ein gollum das ist auch nur ein gollum bin ein gollum für euro oh nein baby man siehst du deswegen darfst du nicht auf den schreibtisch du bist einfach zu fett was hase oh man mein kater hat gerade mein wasserglas umgekippt sekunde ich bin halt irgendwo wo licht ist hier ich bin irgendwo irgendwo licht ist da oben schaust wie du gehst da rein ich habe mich beim erschrecken einfach mit einer zu trinken überschüttet also ich bin einfach fertig ich habe jetzt hier einen kramp wir sind die unendlichkeit ich bin dabei ich bin ein richtiger schurke alter alter der ist übrigens so was heißt so die andere ist länder das somit die an die augen spielen ja du hallo gentlefix spider-vans spider-vans macht was auch immer eine spider-vans tut nein sagst du die ganze zeit hier farbenfroh farbenfroh hat dieses sexy beast rechts ein freund mein instagram kanal seht ihr hier unten eingeblendet also da habe ich häufiger so sexy bilder ich glaube wir sind gestorben ich glaube wir haben es geschafft zu sterben ja gut aber ich habe jetzt gesehen wovor wir angst hatten von der omi mögen uns nicht nur die sammel ameisen mögen uns aber die soldaten ameisen nicht das verstehe ich jetzt aber nicht dabei sind wir voll lieb ja oder ihr will kommen vorbei haben pilze und steine dabei können ja auch helfen schlagen einfach ja uns aber gegenseitig freiheit hab um kämpfen die grad miteinander ich mache jetzt überall das licht wieder aus die dumme frotze nein da ist dann ganz falsch sag doch nicht so schlimme dinge da ist ganz falsch annie ja ich sehe doch eh nix ist also können soll jetzt holen kommen so lange müssen wir es genießen solange halte ich einfach ein paar mal immer so meine hand rein in den stream so guckt mal wie schön meine nägel sind es ist so extra so ja und dieses kleine nupsi hier ja das hier soll da rein und es geht nicht oh vorführeffekt vorführeffekt ich mache das jetzt einfach immer so boah dieser scheiß larry ne ich rette sein Leben und der ey Ficker ohne scheiß ne ich hole für den diese scheiß verfickten Pillen ey der kann doch was erleben der kann was erleben okay okay nun alter oh mein gott was ist das was aua fuck you au 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 ich bin meinen Nagel abgebrochen mach schon dein ernst ist ich halte alle auf aber ich bin eigentlich viel zu schwach dafür deswegen werde mich töten bisschen nein 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 Nein, 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 nein. Boah, diese Scheiß kriegt irgendwie ein bisschen was. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt. Danke, Havi. Gib mir das. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, danke. Habe ich doch schon. Nein, die geht kaputt. Du schmeißt mich runter. Gib mir die. Mann. Hasi. Oh, da ist er doch. So, hoch soll er leben. Okay, das kann ich. Hoch soll er leben. Hoch soll er leben. Dreimal hoch. Hoch soll er leben. An der Decke kleben. Runterfall, Popo, Knall. In die heiße Suppe fallen. Die restliche Soße ist zu. Au, wow. Sollst du mir nicht deine Krallen in den Arm stecken? Ich verstehe das nicht. Ach, du bist dich absüpplich. Absüpplich. Ach, du. So wie du es riss. So wie du. Wie. Ich kann mal wieder nicht reden, ey. Ich kann mal wieder nicht reden, ey.